und damit herzlich willkommen zum tuxflash es ist mal wieder donnerstag und ich habe mal wieder den hauke und den john dabei hallo hauke hallo hallo micha und hallo schon grüße aus dem norden in den osten und süden dieses mal absolut ja hallo euch beide grüße aus dem süden würde ich mal sagen grüße zurück und grüße an alle die gerade live dabei sind oder an alle die es sich dann später anhören werden so was haben wir heute eigentlich so ein bisschen der der geist der in der letzten zeit so durchs internet gewandert ist das wollen wir auch noch mal thematisieren nämlich das böse 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 red hat ja wann fing das an vor zwei wochen ungefähr oder zwei drei wochen wo es denn hieß dass die quellpakete die red hat eigentlich immer sehr freizügig bereitgestellt hat woraus man die rpm pakete bauen kann das nicht mehr machen möchte womit andere distributionen die versuchen binär kompatibel zu red hat zu sein ja ein großes problem haben also einmal linux und rockee linux ja und wie die jetzt mit dieser wie die jetzt mit dieser situation umgehen und ob sie da irgendwie einen weg dran vorbei finden ja das wird uns jetzt so ein bisschen beschäftigen so ein bisschen kaffeesatz lesen denn wir wissen ja noch nicht wie das ganze ausgehen wird und da unterhalten uns heute so ein bisschen drüber genau das geht dann eher so in die mystisch-philosophische wenn ich sogar wahrsagen da kunst oder zunft über wir wissen es noch nicht vielleicht eine frage von weg wie sehr überrascht hat euch dieser zug von red hat in dieser zeit sagen was mal so wie überrascht wart ihr als das gelesen habt ich beispielsweise kann für mich sagen dass es am ende als du es gelesen hast schon irgendwie sinn ergibt weil red hat ja jetzt doch schon mehr in richtung also noch viel mehr eventuell gewinnorientierung ausgelegt wird und halt eben ich sag mal der neue kann man sozusagen eigener von red hat ist ja ibm schon seit ich glaube mittlerweile fast fünf jahren müssten es schon wieder sein denke ich glaube 2018 war der deal und von daher ja es ist sehr schade dass wir da eigentlich fast grundlegende änderungen haben von red hat in dem bereich dass die nach und nach ihre quellen jedenfalls nicht mehr so leicht zugänglich machen beziehungsweise das system selber wenn man es erst mal nicht kauft komplett weg ist das kann eventuell aufgehen natürlich aber am ende würde ich sagen ging's red hat so schlecht dass sie das machen müssen dass es so die frage die wir wahrscheinlich auch jetzt nicht hier richtig beantworten können aber ich gehe schon von aus dass sich da einiges ja anscheinend im hintergrund im wagen befindet sonst würde man wahrscheinlich nicht solche solche schritte unternehmen oder ist einfach nur komplett willkürlich aber ja was haltet ihr davon ich muss sagen ich habe ich würde den vor ach so ich dachte eigentlich will nicht wieder sofort anfangen ich dachte ich mache eine kleine pause also so ein bisschen hätte man es ja auch schon sehen können wie red hat mit ihrem send us umgegangen ist also das wurde ja mehr oder weniger schon abgesägt von daher was was heißt mit ihrem send us also das war nicht mehr gewünscht dass das so fortgeführt wird und von daher kam jetzt relativ schnell einmal linux und rocky linux denn als ersatz hochgeschossen ja und von daher diese grundstimmung konkurrenz möglichst trocken zu legen gab es ja vorher auch schon aber dass das jetzt so was heißt jetzt schnell aber ohne jetzt irgendwie weitere vorzeichen doch sehr abrupt kam hat mich jetzt doch schon erstaunt dass es so gemacht wurde und wir haben ja als zusätzliche distribution die auch binär kompatibel sein möchte nochmal oracle linux das wäre noch mal interessant zu sehen wie die damit umgehen ob die vielleicht ein karren mit ganz viel geld denn rüberschieben und dass es denn das oracle linux weiterhin gibt und das auch weiterhin binär kompatibel zu red hat enterprise linux ist also das sind alles solche spekulation man weiß es ja noch nicht was dabei rauskommt ja das war jetzt gar nicht hundertprozentig die frage auf die ursprüngliche die antwort auf die ursprüngliche frage wie sehr überrascht warst du beziehungsweise hat es dich gewundert also als ich es gelesen habe hat es mich irgendwie schon gewundert aber dieses red hat universum oder einmal linux und so da habe ich nicht so viel mit zu tun also von daher war ich jetzt da nicht irgendwie betroffen habe gesagt oh nein meine welt bricht zusammen als jemand da eigentlich in die debian schiene fährt also debian ubuntu linux mint hat mich das jetzt nicht im herzen berührt ich habe das einfach so wahrgenommen okay das ist in ordnung und so ein bisschen naja gut dass du debian verwendest da passiert dir sowas nicht das war auch noch irgendwie so also nicht jetzt schadenfreude aber uff ja du hast auch das richtige pferd gesetzt letztendlich das kann dir da einfach nicht passieren glück gehabt hätte ja auch natürlich anders sein können aber von daher stell dir vor wir hätten uns oder jemand von uns hätte sich richtig krass auf cento ist oder sowas vor ein paar jahren ausgerichtet wollte ich zu einem zeitpunkt auch mal machen aber ja ich glaube mich ja du wolltest was sagen ja ich wollte nur sagen also mich hat es ein bisschen überrascht aber ich muss auch dazu sagen red hat pento es fedora juckt mich nicht mein wissensstand war halt nicht auf dem neuesten ich dachte das war schon immer so dass sie das freigegeben haben warum machen sie jetzt diesen warum machen sie denn jetzt den den canonical move sozusagen das ist alles unseres das wird jetzt alles am besten noch das eigene paket format kreieren das alles unseres das hat mich so ein bisschen überrascht wenn ich ehrlich bin aber ich bin auch relativ uninformiert was rel und wie gesagt cento ist und fedora angeht ja ist schon schwierig also ja ich wollte nur sagen ja also das das hat mich irgendwie wirklich überrascht zum stutzen gebracht und ich stelle mich nur die frage warum red hat warum vermutlich geld oder sie wollen sich also einfach machen und geld haben ja also das das muss es ja irgendwie sein weil also irgendjemand muss von denen ja denken das ist eine gute idee dass in der hinsicht so von der also für 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 alle die jetzt da nicht zahlen in anführungszeichen paywall da vorzuschieben um eventuell da vielleicht kurzfristig mehr geld zu bekommen aber ich glaube langfristig haben wir da die die riesen frage okay gut wie läuft das dann in der adaption von der community dann hast du vielleicht noch den ganz kleinen kundenkreis die eventuell gar nicht mehr so richtig aus der normalen dinox welt kommen die daran gewohnt sind und so weiter aber du wirst wahrscheinlich schwierig neue kunden wirklich gewinnen weil du ist ja nirgendwo sonst groß ausprobieren kannst außer dass ist dann zahlst in gewisser weise und ich glaube das könnte langfristig schon ein problemchen sein das heißt sie konzentrieren sich vielleicht viel viel mehr noch auf größere kunden und lassen sozusagen die die große community an server admins die es halt so draußen gibt vielleicht solche wald und wiesen admins wie wir es sind die lassen sie in der in sich im stich also in gewisser weise oder kümmern sich einfach nicht drumherum könnt ihr das nachvollziehen seid ihr der gleichen meinung also geld ist ja immer ein super argument um sowas zu machen und ibm ja die sehen auch ganz gerne geld dabei ich habe jetzt gerade noch mal geguckt wie das ist das gibt ja diese subscriptions dafür also damit du auch updates kriegst und ich glaube du brauchst auch irgendwie ein account bei red hat damit du überhaupt das installationslise runterladen kannst die anzahl von diesen freien subscriptions wurde glaube ich noch mal deutlich erhöht vorher waren das vielleicht so zehn stück und jetzt sind es 100 die du kostenlos verwenden kannst also wenn jetzt eine bessere zahl habt sagt die gerne das war das was sie noch so irgendwie meinte im hinterkopf zu haben von daher versuchen sie ja zweigleisig zu fahren also einmal das auszutrocknen was einmal linux und ja ja rocky linux vorher gemacht haben mit bei uns gibt es das übrigens auch kostenlos wenn ihr jetzt nicht so groß seid ansonsten hätten wir gerne geld ein bisschen mehr geld dafür und damit versuchen sie so ein spagat und möglichst viel denke ich mal kunden zu gewinnen oder die die sowieso nicht zahlen würden auch relativ an der kurzen leine zu halten also das ist so das was ich da rauslese aus der strategie das klingt fast danach da hast recht also ja alles andere macht relativ wenig sinn aber direkt hinter die kulissen kann man ja nicht gucken von daher so im nachhinein haben wir dann wahrscheinlich schon alle irgendwie auf das richtige fährt gesetzt in dem wir nicht jetzt groß auf red hat gegangen sind in der hinsicht ja wir haben in der hinsicht wir waren noch unsere freiheit ich glaube bei den anderen distributionen ich glaube hauptsächlich könnte so etwas vielleicht noch im ersten fall bei canonical passieren debian ist es ausgeschlossen das ist die community und ich glaube open source dass die das machen also sie haben ja sie haben ja das tatsächlich in gewisser weise ja auch hinter einer closed source gehabt aber halt ja open source gehabt in gewisser weise ja auch ein binär clone das heißt das haben sie auch dann aufgedröselt das heißt eigentlich muss man sagen hat genau genommen open source ist genau in die andere richtung gegangen in die jetzt red hat geht also open source hat sich fast mehr oder suse besser gesagt suse linux enterprise hat sich fast ein bisschen mehr geöffnet wo jetzt red hat selber dicht macht vielleicht ist das auch wieder ein großes eine große chance am ende für open source da oder beziehungsweise für suse da weiter groß marktenteilig sag mal abzugreifen langfristig das könnte ich mir gut vorstellen ja kann passieren definitiv nur kurz als info irgendwie ist beim beim genren beim bild heute irgendwie der anzeige drin du kannst mal den stream neu starten bei mir und dann sollte es besser sein habe ich habe ich gerade gemacht hat drei sekunden funktioniert sehr gut wir lassen mal das schlechte bild drin aber dafür hören wir dich wenigstens vielleicht kriegt sich das gerät dann wieder ein der kriegt sich wieder ein der kollege ne der kriegt sich wieder ein herrlich du willst also nochmal schmatten ich habe nochmal runter geregelt jetzt hat es sich auch selber wieder gefangen schau das phantom der opa das phantom der opa sah zumindest gerade so aus oh ja jetzt sieht es aktuell wieder gut aus jedenfalls was bei twitch ankommt ja zumindest nur ganz kurz als als info für alle alle die das noch mit sehen werden sehr bitter ich hoffe ich hoffe ich bin noch ich hoffe ich bin noch zu hören und zu sehen ja ich glaube hören klappt hören ist wunderbar das bild macht heute irgendwie nicht das was es soll schwierig ich weiß gar nicht wo das also ich sehe bei mir immer ich sehe mich immer gestochen scharf aber das liegt wahrscheinlich daran dass ich auch einen spiegel vor mir habe nein spaß beseitig ja das ist der vampir test absolut und der der hintergrund ist auch vor mir das stimmt absolut ja sehr cool ja aber wo wo soll die reise hingehen fragt man sich jetzt bei rettab zu dieser anzahl habe ich nochmal nachgeguckt ich weiß nicht ob das jetzt stimmt aber ich habe da eine quelle gefunden wo steht vorher konnte man 16 subscriptions über so einen developer account kriegen und das haben sie auf 240 jetzt hoch geregelt das ist natürlich die frage was die jetzt hier unter entwickler verstehen ob das jetzt an irgendwelche speziellen konditionen noch gebunden ist so dass du wirklich entwickler sein musst oder eine kleine firma hast die ja nur entwickler anstellt oder so keine ahnung aber von 16 auf 240 das ist schon mal ein relativ hoher sprung also von daher denke ich wirklich dass sie diese zweigleisige strategie machen wollen vielleicht auch erstmal nicht so genau hingucken ob das wirklich nur entwickler sind oder welche die in diese kategorie reinfallen dass sie diese kostenlosen subscriptions kriegen und dann vielleicht in paar jahren wenn die leute da drauf gesprungen sind oder es kostet ja erst mal nichts dass sie dann so ein bisschen die daumenschrauben anziehen so ein bisschen so wie microsoft könnte auch sein dass die das vorhaben wer weiß möglich ist es aber ich finde auch die zahlen ein bisschen sehr willkürlich 16 zu 240 also ich fand schon 16 irgendwie sehr krumm normalerweise sagt man sich so zehn für den entwickler sollten reichen fünf eigentlich auch aber 16 das ist ja so wie weiß ich nicht also das warum nicht anzahl pi mal wochentage nehmen oder irgendwie sowas das da lässt sich bestimmt irgendwas hin lügen dass das kommt also zwei hoch vier wären ja schon mal 16 aber die 240 also da hätte man ja ruhig 256 nehmen können das wären 2 hoch 8 aber so 240 das ist nix was soll das ja also damit kann man ja noch nicht mal sein eigenes start-up-unternehmen vernünftig versorgen das ist alles quatsch da muss mehr gehen tja aber es ist eine glatte 15 fachung das stimmt allerdings rätsel über rätsel ist schwierig ja das ist alles irgendwie ja gut was sagt denn der chat was sind eure gedanken eventuell zu dem red hat ich denke die wenigsten wird es von uns kümmern und ich glaube tatsächlich das ist langfristig unsere position bei debian wenn man möchte noch susu und so weiter ähm in dieser familie stärken wird und dass einfach red hat sich damit natürlich so ein bisschen ins off schießt aus der normalen linux community aber wir eventuell da auch noch mal ganz ähm ja vielleicht einfach durch verschiedene wechsel je nachdem wie das angenommen wird ähm dann auch noch mal groß einen großen aufschwung erleben können gewisser weise vor allem in der server welt also im desktop bereich hat ja das sowieso eigentlich nie eine große rolle gespielt jedenfalls nicht im großen stil oder also bei mir jetzt so nicht aber es gibt ja rechenzentren die wirklich komplett auf dieser red hat schiene drauf sind für die ist es natürlich vielleicht ein harter bruch wenn das so nicht mehr geht ähm das einzige wo ich eigentlich wirklich damit zu tun hatte war free ipa das lässt sich auf so einem alma linux wunderbar installieren also das äh klappt wunderbar für ubuntu und debian gab das so halbgare pakete die sich nicht richtig installieren ließen da hätte man noch ganz viel dran rumbasteln müssen also von daher war das eine einfache variante für free ipa einfach ein alma linux nehmen nach installieren äh naja muss man natürlich noch ein bisschen konfigurieren aber das ließ sich alles noch irgendwie machen mit ähm ubuntu server habe ich es auch probiert und das habe ich irgendwann aufgegeben also weil das einfach irgendwie so nicht funktionierte aber ansonsten ist ist das für mich jetzt überhaupt kein kein problem also ich habe jetzt keine software die jetzt direkt auf das red hat universum gemünzt ist so dass ich das wirklich nun zwingenderweise auch brauche als andere ja es gibt es entweder direkt schon bei debian mit drin oder im ubuntu mit drin oder ich habe eine paketquelle die ich dann hinzufüge und dann habe ich das also von daher habe ich da so eigentlich überhaupt keine schmerzen mit aber es gibt bestimmt viele andere leute die da wirklich große probleme mit haben wenn das so sein soll schwierig ne also so direkt red hat basierende sachen habe ich und kenne ich auch soweit gar nicht gott sehr dank also in dem fall gott sehr dank weil man inzwischen schlecht rankommt tatsächlich hat ja schon damals als cento es ja so ich sag mal kastriert wurde sagen wir es mal so hat ja gab es ja auch schon ich sag mal eine große bewegung von cento es weg zu beispielsweise ubuntu oder susu denke ich auch ubuntu hat ja auch ganz lange ich glaube haben eventuell immer noch drin irgendwie so hier dein guide von cento es auf ubuntu zu wechseln das haben die natürlich auch genommen sozusagen finde ich sehr sehr cool ich glaube canonical hat das extrem gestärkt langfristig in der server welt und von daher kann ich mir gut vorstellen dass sowieso schon viele damals auch schon von cento es weg sind natürlich manche sind zu alma linux und rocky gewechselt alma linux selber sagt ja sie wollen das weitermachen so in der hinsicht wollen ist halt dann selber auf die beine stellen das bleibt halt die frage okay inwieweit kriegen die das natürlich langfristig hin und wie weit trauen die nutzer dem das ganze und so weiter es könnte sein dass ja hinter cloud linux in der hinter einmal linux steckt vor allem im cloud linux kommt die haben eine foundation meine ich auch gegründet aber wenn die jetzt aus irgendeinem grund ja ich sag mal sich auch nicht mehr in gewisser weise trägt also denen das geld ausgeht aus irgendeinem grund dann kann es da auch schnell sehr ja schwierig werden und von daher fragt man sich okay gut ich habe eventuell vielleicht gar nicht mehr so viele andere alternativen und danach vielleicht wechsle ich langfristig doch auf debian oder ubuntu oder susu beispielsweise im server bereich und bin dann auf jeden fall sicher kommt natürlich darauf an was für verschiedene software vorteile natürlich dann red hat beziehungsweise alma linux hat hauke du hast dich ja so ein bisschen mit alma linux beschäftigt was ja auch ich sag mal bis vor ein paar tagen in anführungszeichen red hat klon war inwiefern unterscheidet sich das ganze beziehungsweise hast du vorteile gesehen warum man alma linux nutzen sollte und beispielsweise jetzt kein debian server so vielleicht ganz grob zusammengefasst eigentlich sehe ich keinen vorteil dabei es sei denn du hast spezielle software also es gibt im kommerziellen bereich also irgendwelche datenbanken oder was hatten wir dann noch wir hatten so ein mobile device management system das kannst du bloß so auf einem red hat oder einem klon installieren also für projekte wo du quasi gezwungen bist eine spezielle software einzusetzen musst du denn auch die passende distribution dafür nehmen und wenn du dazu nicht gezwungen bist dass du es wirklich brauchst sehe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen vorteil da drin in ja in oder oder doch einen einzigen vorteil habe ich die extrem lange laufzeit dabei also wenn sie es wirklich durchhalten die klone oder wenn man jetzt das original kauft dann hat man eine extrem lange zeit wie die distribution unterstützt wird sind jetzt sogar schon bei 20 jahren oder noch bei 15 also es gibt projekte wo man wirklich diese laufzeiten braucht wo das durchaus sinn ergibt sowas zu nehmen wurde dann vielleicht ein produkt auslieferst was 20 jahre oder so auch irgendwo im einsatz ist und wo trotzdem noch sicherheitsupdates eingespielt werden sollen also von daher bist du da denn ganz gut aufgehoben wenn du sowas nimmst ich meine ubuntu kannst du sowas kaufen wie so eine lts verlängerung oder so aber es ist ja extended security support extended security support oder ess irgendwie gab es da du kannst zusätzlich zum lts fünf jahre noch mal fünf jahre drauf dass du bei 10 bist und 10 ist für mich die letztbekannte red hat zahl dass die jetzt bei 15 sogar 20 was heißt bloß also das ist ja immer noch ein aeon also wenn das ja als ein aeon dann ist das projekt ist ja auch schon sehr interessant aber ich weiß nicht ob es länger geht da habe ich mich nie mit beschäftigt also ich kenne solche produkte wo durchaus so laufzeiten von 20 bis 30 jahre durchaus erstrebenswert sind also von daher ist das also für die meisten ist es egal wobei ich muss ganz ehrlich sagen beim main server und so weiter die habe ich jetzt teilweise alle auf die allerneueste version dann aktualisiert ganz einfach wegen des php's also wenn ich da die anwendung trotzdem noch aktuell halten möchte dann muss ich irgendwann auf php 8 umschalten und das hat ich glaube debian 10 nicht mehr beziehungsweise ubuntu 2004 hatte das nicht mehr natürlich kannst du es irgendwie durch weitere quellen wieder hinzufügen aber ganz ehrlich da aktualisiert beispielsweise bin ich jemand der aktualisiert dann eher das system hat dann da auch noch mal aktuelle komponenten und so ein update geht ja bis auf bei den datenbanken ja eigentlich immer ohne probleme würde ich mal sagen bitte nicht nicht den stein meißeln aber ich denke ihr wisst was ich meine ja denke ich so als tipp es gibt ein sehr bekanntes php ppa von ondray irgendwas man muss nur php ondray mal eingeben in die suchmaschine man kriegt dieses ppa der ist sogar php wie heißt das maintainer für debian macht das jetzt quasi quasi als ppa noch extra zusätzlich kannst du dann überall einbinden was noch halbwegs aktuell auf abbasiert und so hättest du theoretisch auch bei ubuntu 24 noch ein ubuntu das quatsch beim ubuntu 24 noch ein php 8 oder 8 1 bekommen können als praxistipp also überall wo du nicht upgrade kannst oder möchtest weil irgendwelche anderen abhängigkeiten im weg sind dieses ppa von ondray ist da echt gold wert also hat mir schon das ein oder andere mal bei dem ein oder anderen projekt echt das leben gerettet also ich habe noch mal geguckt wie das ist mit der support zeit bei red hat also das sind jetzt zwölf jahre ungefähr zwölf die du da kriegst über dieses extended life cycle support da kriegst du denn noch mal zwei jahre oben drauf interessant also das ist dann wirklich wenn du zwölf jahre wirklich fest damit rechnen kannst ist das natürlich für eine firma oder für ein ähnliches projekt echt das geld wert sage ich mal zwölf jahre geld verdienen es ist ja nichts anderes ist zwölf jahre in der lage damit ohne es anzufassen geld zu verdienen das ist ja immer das was dahinter steckt ja kommt drauf an wer du bist ja genau ja aber deswegen also im endeffekt ist immer die rechnung mit dem geld hinterher ach so und die frage von von wolfer wurde schon beantwortet fedora bleibt alles so wie es ist und da wird sich auch nichts dran ändern ob red hat hier ist und nicht richtig denn es sind auch pakete im haus und jetzt wird weiter diskutiert fedora war ja eh von von red hat selber fedora war ja oder ist red hats testkandidat und cento es war ja wirklich frei entwickelt aus den quellen von red hat da da hat ja red hat quasi nur die die quellen gegeben das haben sie jetzt unterbunden sage ich mal plus eben alles was aus der misere entstanden ist als cento es nur noch cento es stream geworden ist was ist jetzt eigentlich damit cento es stream oder cento es eigentlich damit auch weg vom fenster weiß da jemand was von euch gibt es da irgendwelche anwandelungen zwischen red hat und cento es dass die mal da machen können also bei alma linux und rocky linux wird es glaube schwierig aber was ist mit cento es ich weiß ist mit cento es stream alles beim alten die nutzen ja cento es stream so ein bisschen für die entwicklung von dem red hat und da tun sie dann ich denke das werden sie weiter fortführen und werden dann halt aber die ich sag mal die bug freieren versionen halten nur noch dem red hat vorenthalten so gehe ich davon aus also so wie es jetzt verstanden habe in den ganzen artikeln genau sehe ich auch so also cento es ist quasi so dass fedora leidt also auch was wo man mal in der breiten masse dinge ausprobiert wo man mal neuere versionen von software reinschmeißt und man guckt wie das an ankommt und wenn das gut läuft dann wird das das offizielle red hat enterprise linux übernommen und das ist ja auch glaube ich ein offizielles red hat projekt oder cento es stream ist ein offizielles red hat projekt wurde hier auch geschrieben das ist perfekt der chat ist klasse ja wusste ich gar nicht dass cento es stream oder cento es wirklich eine direkt verbindung hat ich dachte mal cento es ist wirklich so ein freies projekt was sich eben auf die quellen bezieht aber wie gesagt mittlerweile hat ja ich bin da raus aus dem red hat game mittlerweile hat ja red hat den spieß umgedreht ich glaube wenn ich es richtig verstehe ist cento es stream ein vorgänger von fedora und vorgänger von red hat sozusagen also am anfang hast du die stream packages dann kommen die irgendwann in fedora rein und irgendwann dann in red hat enterprise dinux ich meine dass es da mal so eine kette gab aber kann sein dass sie das mittlerweile wieder aufgedröselt haben aber da sollte es anscheinend jedenfalls für manche pakete eine verbindung geben natürlich nicht für alles fedora hat da schon sein eigenes steckenpferd aber ich denke bei diesen basis paketen die sie sich teilen so sollte das irgendwie funktionieren also fedora wird auch irgendwie von cento es stream abgeleitet wenn ich das richtig verstanden habe war es nicht andersrum war fedora nicht der neuste und heißeste stuff wollte ich gerade nicht sagen deswegen okay gut hat die auch keiner gehört das ist das aktuellste was du so haben kannst auf rpm und red hat basis was da okay ist käme dann zu cento es weil es dann quasi schon von um es mit demien zu vergleichen von sit zu testing geht deswegen haben auch sehr viele leute cento es für ein für ein webserver benutzt weil es relativ stabil ist und was dann bei cento es für in ordnung gefunden wurde oder ausgiebig getestet wurde ist dann erst bei rel da hast du absolut recht also so ist mein letzter stand ich weiß jetzt nicht genau ob sie es gedreht haben oder nicht ne also sie haben es nicht gedreht also fedora ist das unstable ist das sozusagen was es gibt dann kommt cento es und dann kommt red hat also cento stream cento es gibt es ja nicht mehr so wie wir es wollen heißt jetzt alles cento es stream haha genau ja so ist das ja stark ne von daher ich bin glücklich dass ich da irgendwie gar nicht so richtig in dieser red hat welt bis jetzt drin war ne das ist die einzige coole also sie haben ein paar coole software projekte ja angestoßen und veröffentlicht beispielsweise firmware updater kommt ja aus red hats hand bei flat pack hat der red hat sehr groß mitgearbeitet gearbeitet mitarbeiter ähm aber auch beispielsweise cockpit ist eine ganz coole software ähm wo du ich sag mal ein webinterface für deinen server hast wo du dann sogar ein terminal öffnen kannst die ressourcen sehen kannst benutzer verwalten kannst die firewall verwalten kannst und so ein paar sachen das fand ich tatsächlich oder finde ich tatsächlich ganz cool das projekt ist selber brauchst weniger aber cool dass es das gibt und das gibt es jetzt auch mittlerweile für debian beispielsweise ich hab's auf dem server ja schau ich hab's mir auch drauf installiert und mir eigentlich so gesagt ja eigentlich brauche ich also eigentlich brauche ich es nicht ne von daher ist es bei mir standardmäßig nicht mehr drauf ähm aber ja es ist cool was sie da teilweise ja auch in die linux welt mit reinbringen und ich glaube das werden sie auch in gewisser weise weiterhin also wenn wir so sehen ne so Sachen dann erstmal in fedora reinbringen ähm sie werden wahrscheinlich nicht immer die stable 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 version veröffentlichen aber ich glaube also man kann da schon relativ gut vielleicht auch mit den send us paketen arbeiten ähm send us stream paketen arbeiten wenn man da ähm das sozusagen für andere distros ableiten möchte ich denke das ist dann schon machbar weil red hat ist jetzt auch keine kleine klitsche die hier nur verbuggte software auf den markt bringt denke ich mal möchte man meinen ja können sie sich auch gar nicht leisten ja wobei im open source bereich so ja gut ne da haben sie sich verschärzen testen sie es ja eh schon aber ich weiß was du meinst ja ja aber die äh testen es ja durch die ganze geschichte eh gut genug oder ähm weitestgehend genug absolut aber problematisch wird es denn ja wenn du äh wirklich diese binär kompatibilität für irgendein projekt wirklich brauchst dann ist send us stream ja ähm keine alternative und auch ähm wenn du daraus jetzt äh die einmal linux pakete bauen würdest du hättest ja komplett andere paketstände also von daher hilft das ähm bei der situation auch nicht weiter hm da wird es schwierig und da sind wir glaube am am spannendsten punkt denke ich mal was ist mit alma was ist mit rocky linux ähm hat zumindest kurze sicht ähm eine lösung angeboten indem sie sich um andere quellen bemühen beziehungsweise sogar eigene aber wie sieht die zukunft von den beiden ähm projekten aus die sind ja eigentlich wirklich entstanden dadurch dass äh center stable sag ich oder nenne ich es jetzt mal einfach ähm abgekündigt wurde und das ist ja auch das schöne an der open source welt ähm es gibt Leute äh die da weiter drauf äh Bock haben und das dann weiterführen können in einer einen oder anderen form was ist jetzt mit den beiden eigentlich haben die sich ja auch eine gewisse ähm Basis aufgebaut was ist mit denen was können die machen ja also alma linux hat das sicher schon drauf äh ich sag mal hat das sehr 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 schnell reagiert finde ich sehr cool um ehrlich zu sein dass sie das ziemlich schnell dann äh ich sag mal äh veröffentlicht haben müssen sie auch also sonst laufen ihnen ja wahrscheinlich äh die nutzer weg ähm da gibt's eine faq oder sagen sie ja will i still get security updates und sagen sie ja machen sie tatsächlich sie schauen dass sie sich die äh in gewisser weise runterholen und ähm tatsächlich schauen sie dass die auch eins zu eins dann kompatibel zu red hat enterprise linux ist ne aber möchten währenddessen die äh Lizenz dann nicht brechen diese red hat Lizenz ne also das wird sehr wild ich weiß nicht ganz ehrlich wie die genau das im Hintergrund machen aber sie werden wahrscheinlich ihre eins zwei tricks haben womit man das dann ziemlich gut hinbekommt ich gehe mal davon aus dass sie sich die santos stream updates nehmen und schauen dass sie dann verschiedene security äh patches mit reinpacken ne also oracle linux sagen sie ähm kriegt anscheinend auch noch security patches in gewisser weise wenn ich das grad richtig lese von daher ist das schon ziemlich gesichert einmal bekommt die von von den oracle linux ähm repost die patches ist genau linux auch so ne geschichte dass es äh von red hat sich bedient oder oracle linux sagt mir jetzt erstmal gar nichts ähm ja das ist so also da äh das ist quasi das dritte äh große ähm also ja was heißt groß also der dritte Klon den es noch so gibt aber ich denke mal viele wollen ungern den weg zu oracle gehen ähm ja oracle halt ne also das möchte man vielleicht nicht unbedingt verwenden also das oracle von der oracle datenbank von der geschichte äh genau genau das äh mit dem wie heißt er larry ellison gibt's den immer noch oder keine ahnung also der ist der ich meine äh der hieß so ne der chef ja ähm ähm genau also das oracle von der datenbank also die haben auch schon relativ lange eine linux distribution die hieß auch mal irgendwie unbreakable linux vielleicht heißt die auch immer noch so also nicht oracle linux sondern unbreakable linux und ähm ja die wollen auch äh red hat binär kompatibel sein und äh wenn die da mit geld oder mit anderen äh mitteln diese srpms von red hat kriegen und darauf ihre pakete zu kompilieren dass sie weiterhin binär kompatibel sind und das auch veröffentlichen dann ähm ja können die anderen das ja vielleicht als als quelle weiterverwenden denn andererseits durch die gpl also die lizenz die bei sehr vielen software projekten auch ver ähm verwendet wird hat man als äh nutzer beziehungsweise als kunde von dem produkt auch das recht dass man den quelltext kriegt also ich weiß nicht wie das jetzt wäre wenn jemand von ähm alma linux hingeht und sagt ja wir möchten gerne das produkt äh red hat enterprise linux kaufen und dann gibt es ja auch die srpms dazu also die gpl ähm sagt das einfach dass man die denn kriegt und ähm die ähm also soweit ich das denke kann man das hinterher auch nicht wieder einschränken denn die gpl das ist nun mal das was direkt an die software gebunden ist und da kann ich red hat hinterher sagen ja nee also die gpl die geht bloß zum teil du darfst das jetzt nicht mehr weitergeben ähm die gpl erlaubt das ja ausdrücklich und bei vielen anderen ähm lizenzen ist es auch so interessant wäre es natürlich bei komponenten die unter sehr äh laschen lizenzen wie mit patchy lizenz liegen die mehr oder weniger sagen mach damit was du willst du brauchst auch nie wieder was zurückgeben du kannst ein kommerzielles produkt machen aber jetzt irgendwie quelltext freigeben oder sowas das ist auch nicht musst du nicht machen kannst du machen musst du aber nicht also diese komponenten können schwierig werden weil es da kein kein Lizenzzwang gibt das wirklich hinterher zu öffnen aber ja ein interessantes feld wo man spekulieren kann aber ja also ich bin eigentlich ganz froh dass ich da nicht drin stecke und mir da eigentlich überhaupt keinen kopf drum machen muss also ist nicht mein problem zum glück gott sei dank eigentlich ja das ist eine spannende sache wie sich das weiterentwickelt ich denke es wird deswegen keiner von uns jetzt zu einmal linux wechseln oder jetzt muss es ein bisschen ungewiss ist wäre das natürlich das 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 schlauste was man machen kann nicht so ein bisschen risikofreude gehört natürlich mit dazu jetzt noch schnell wechseln ja bevor gar nichts mehr gehe ich einfach mal gucken ja genau nee das wäre irgendwie weiß ich nicht quatsch ja und rocky linux machen das genauso dass sie sich erstmal in oracle linux hängen oder weiß da jemand was von euch oder jemand aus dem chat wie das da gelöst ist das ist irgendwie so an mir vorbeigegang ich weiß nur dass sie sich um andere quellen bemüht haben aber welche das jetzt sind war dann weg ich muss ganz ehrlich sagen ich bin jemand der rocky linux bis jetzt nie richtig verfolgt hat auch wenn es anscheinend auch ein binärklon ist ich bin immer an einmal linux hingeblieben ich weiß nicht wie es euch geht aber könnt ihr einfach mal drauf losreden ansonsten sie sagen ja sie wollen open source bleiben das ich jetzt gerade sehe vom 29 juni haben sie sich da geäußert sie werden das irgendwie dann auch weitermachen ich lese mal währenddessen durch warum alles im chat wird geschrieben die haben auch quellen sagen aber nicht welche na okay weil ich sehe das nämlich auch nicht auf anhieb das ist natürlich die quellen kommen von uns ja der rest ist egal ein whistleblower hat einen usb stick fallen lassen oder irgendwann beim beim booten ist dann der prompt you're using art now by the way einfach 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 den unterbau gewechselt hoppala ja das wäre dann auch wild ja aber man müsste echt gucken wo da die reise hingeht also es ist auf jeden fall spannend es ist kein ich sag mal wirklich schöner umgang wie es jetzt red hat pflegt aber die werden halt nach dem geld gehen ja genau klar und dementsprechend ist es so wie es ist mal gucken wie resilient die ganzen projekte wie alma linux rocky linux sind dass sie das abfedern können wir wissen es nicht wir können wirklich nur eine glaskugel gucken und uns fragen was soll das eigentlich der quatsch nee wir können froh sein dass wir wirklich ja also ich habe nebenbei noch mal geguckt also es gibt bei rocky linux einen use artikel und so ein bisschen weiter unten steht auch wie sie das jetzt machen werden also die werden so eine pay per use public cloud instanz da mieten und da drin so ein red hat enterprise linux image installieren und da gibt es auch die quellen für also da können sie denn wieder auf dieses repo mit den srpms zugreifen und da sie für den zeitpunkt wo sie das dieses ja docker image oder was auch immer das da ist also die die mieten halt eine ressource ich denke mal ziemlich genau bei red hat oder woanders da sind sie ja kunde und haben also auch das anrecht die quellen zu kriegen also dann fahren die ja für eine stunde oder so so eine instanz da hoch holen sich die quellen dann da runter und dann kompilieren sie das lustig in ihrem einen rechenzentrum und wie ich das auch meinte mit der gpl also steht irgendwie die power power of gpl die da also die dafür sorgt dass das auch funktioniert so und ja und da steht auch noch irgendwie was drin hier wie das mit den tero es also den was das terms of service und euler ist also die meinen dass das wohl so funktioniert und dass deren anwälte gesagt haben dass die gpl da deutlich stärker ist als diese einschränkenden rechte die red hat da da nochmal durch irgendwelche agb durchhaut aber ich bin kein jurist ich bin kein professioneller übersetzer lest euch den artikel bei rocky linux selbst mal durch was da so drin steht die wissen es besser als ich also sollten sie zumindest sollte man hoffen also bei juristen ist es ja sowieso immer so eine sache der eine sagt so der andere sagt so und im endeffekt ist es eh anders ja und im effekt ist es sowieso komplett anders ja ich finde es halt nur wirklich interessant wo die reise hingehen soll und können es halt nur abwarten und dem ganzen teil wohnen viel interessanter ist ja mal das gedankenspiel wer ist denn so ähnlich in der linux welt ubuntu haben die haben die vielleicht morgen dann auch bock ihre quellen nicht mehr zu veröffentlichen man weiß es nicht die haben wir jetzt schon vor kurzem angefangen lxd den linux container hyperweiser auch von komplett unter ihre kontrolle zu nehmen vorher war es ja so die haben irgendwie 2018 2019 rum vielleicht auch schon ein bisschen vorher das paketformat von von lxd von dem hyperweiser von von normalen dep paket in snap gewechselt da war dann der punkt für mich erreicht wo ich gesagt habe so und nicht weiter kollegen das finde ich nicht cool da bin ich dann auch von von ubuntu server auf debien gewechselt da war noch ein paar andere sachen aber jetzt haben sie nicht nur das eigene paketformat dieses produkt unter ihrer kontrolle sondern haben auch diese container images und wie heißt es denn jetzt auf die schnelle von linus container.org zu sich zu den canonical repositoris gezogen ist das schon so ein ich sag mal so ein wink mit dem zauernfall so ein bisschen also das da scheint so ein red hat light move zu sein irgendwie so bei canonical war diese richtung doch schon relativ lange zu sehen dass sie möglichst versuchen als snap oder nur noch als snap auszuliefern ob das jetzt der firefox ist ob das sogar caps ist also das drucksystem zum ansteuern von druckern und ja lxd jetzt also das ist ja eine komponente die man nicht unbedingt braucht also lxc ist unabhängig davon und lässt sich weiterhin betreiben ja und ich glaube es gibt noch noch ein paar andere punkte die sie bloß noch in ihrem eigenen format ausliefern wollen aber lxd war super oder ist super muss ich ganz ehrlich sagen ich habe es gerne genutzt ich habe mir eigene rapperskripte gebaut die das noch mal ein bisschen bequemer gemacht haben aber da war irgendwann der punkt erreicht wirklich sagt aber nö da habe ich jetzt gar keine lust mehr auf euch so bin ich dann schlussendlich zu docker gekommen also so habe ich mir meine eigenen skripte für lxc geschrieben die auch wunderbar auf debian und auch auf dem raspberry pi laufen weil ich dieses lxd da irgendwie brauche ich dann snap für oder frickel mir eine alte version da irgendwie hin von da habe ich dann mir angeguckt ja also der vorteil den ich damit denn hätte und da läuft ja auch noch ein demon im hintergrund fand ich war jetzt nicht besonders groß die paar zeilen da bash code da mach mir neuen container fahr das ding hoch setzende ip-adresse und so das kriege ich so hin passt schon läuft und es ist dann unabhängig von von der distribution das fand ich ein höheres ziel als da vielleicht ein paar weniger zeilen bei lxd das stimmt allerdings ja aber ihr wisst ungefähr wo ich mit dem canonical beispiel hin wollte dass das die sind schon seit jahren so eine red hat light ohne ohne irgendwie wie red hat agiert zu haben das kam ja jetzt erst wirklich vor kurzem dieser ich sag mal doch ziemlich einschneidende ja diese einschneidende aktion von red hat canonical hat bis dahin immer so ein bisschen salz eingestreut in die welt sag ich mal ist das da abzusehen kannst du es dir vorstellen schon ganz ehrlich ich würde es nie ausschließen vor allem nämlich bei canonical weil was sie sich da schon teilweise für sachen leisten die finde ich schwierig ich kann mir gut vorstellen dass sie eventuell genau so eine version für also diesen ubuntu server dass sie den genauso eventuell mal in der zukunft dann anbieten werden es kann sein dass es eine community edition gibt und so eine enterprise edition und dass sie sich weiter mit ihrem ubuntu advantage abheben es kann ja sein dass diese ubuntu advantage auch nur an der anfang ist also ich würde es gar nicht so unrealistisch sehen ob sie diesen weg gehen werden weiß ich nicht ich denke dafür brauchen sie noch mal ein etwas größeres standing im enterprise server bereich da kommen sie nicht so leicht dran wie jetzt red hat das ist aber ich denke wenn sie es bekommen würden dann werden ist die wahrscheinlichkeit sogar ich glaube relativ hoch bin ich ehrlich also ich würde ich klingt könnte sein also ich würde jetzt nicht unbedingt auf ubuntu setzen wollen wenn ich da was längerfristiges mit vorhabe das wäre mir einfach zu heikel also man weiß nicht was da kommt und von der vergangenheit was canonical ja schon mal so ausprobiert hat ihren display server mir den sie irgendwie angefangen haben denn ich richtig zu ende entwickelt wurde und eigentlich bloß so ein störprojekt war gegen wayland oder was hatten die denn noch alles upstart hatten sie als alternative zu dem sysv init damals also bevor hier systemd in fahrt kam auch irgendwie so ein eigen gebasteltes und nicht vergessen assassin's creed unity stimmt unity ja das war ja auch so eine katastrophe wie der teil von assassin's creed also die einen sagen katastrophe die anderen schwören drauf deswegen hat sich ja auch unity noch bis heute gehalten mein fall war es nicht also unity wird ja weiter geführt von einem inder einem relativ jungen inder war das nicht so kann ich beantworten ich glaube das war nur ein spezielles projekt dort ich glaube nicht dass er das komplett wird also jedenfalls wäre es mir neu aber ganz ehrlich ich beispielsweise setze schon im serverbereich auf das gute alte ubuntu also ich habe wenig deviant drauf ich also ich glaube ich bin jetzt an keiner stelle wirklich auf ubuntu angewiesen von der software was ich dort nutze ich nutze quasi kein snap ich glaube ich habe gar kein snap in meinen konfigurationen drin das vermeide ich schon aber ja gute frage warum ich bis jetzt nie wirklich debian als serversystem genutzt habe also ich habe es auf dem heimserver laufen ich denke aber glaube ich alle meine anleitung wären dafür auch machbar die bequemlichkeit und die vielleicht so ein bisschen die gewöhnung auch dass man was der bauer nicht kennt frisst er nicht so nach dem motto ist bei mir jetzt mit debian eigentlich nicht so aber naja ubuntu ist bis jetzt ein pferd worauf ich bis jetzt natürlich setzen kann eventuell muss man da auch strategisch langfristig auf jeden fall umdenken darf ich dir dazu mal eine frage stellen wie viel ubuntu server version hast du schon geupgradet zur laufzeit mehrere echt und da ist dir nichts mal böse auf die füße gefallen ich soweit ich mich erinnern kann nicht tatsächlich also da hatte ich mit debian fast mehr probleme aber das war bei mir mit debian und nextcloud so eine sache weil debian oder nextcloud dann keine gescheite php-version mehr haben wollte die ich haben wollte und dies und jenes aber ansonsten unter ubuntu so generell also ubuntu wäre das genauso passiert muss man sagen habe ich jetzt nichts gehabt hast du schlechte erfahrungen groß gehabt das heißt ja dieses du release upgrade oder sowas da hatte ich bis jetzt nichts außer je nachdem vielleicht hatte ich aber nur extrem glück bis jetzt ich habe wirklich eine negativ erfahrung machen müssen war zwar nur bei mir der home server in anführungszeichen nur dass das ist ja eh mein mein szenario nummer eins ich glaube von 16 4 zu 18 4 haben sie den wechsel von if up if down zu netplan gemacht das hat mir sehr weh getan weil nach dem dist upgrade erst mal nichts ging netzwerk technisch und da hatte ich noch lxd im einsatz mit so einer eigenen gebauten bridge und das dann auf netplan so ad hoc umstellen hat auch so seine zeit gedauert also hätte ich mir gedacht ist ist das jetzt ein produktiv system irgendwo beim kunden im einsatz die stunden hätte er mir nicht bezahlt also das ist war ganz ganz unangenehm es kam auch nicht so wirklich transparent vorher rüber das war so friss oder stirb und ich muss auch sagen dieser upgrade prozess dieses du release upgrade ist bei ubuntu unnötig unnötig auf gebläht was da geht es bei debian deutlich einfacher ja also einfacher geht es auf eventuell also technisch einfacher geht es auf debian seite sicher ich habe aber zu meiner verteidigung zu sagen erst ab 18 04 diese du release upgrades gehabt okay hatte ich die nicht von daher kann sein dass sie das eventuell auch ein bisschen verbessert haben und ich habe nie am anfang du release upgrade gemacht ich glaube ich habe jetzt erst vor ein zwei monaten von der 20 04 auf die 22 04 aktualisiert also da wo das ding eigentlich schon ziemlich alt ist und eingefahren ist in gewisser weise und dann erst umgeswitcht hat absolut gereicht aber kann sein natürlich dass wenn man da direkt nach dem release da drauf geht eventuell dass es dann nicht ganz so flüssig läuft fällt mir gleich wieder das gespräch mit meinem meiner arbeitskollegen ein ich habe letztes mal von von debian 10 auf 11 geupgradet ach so ich habe direkt den samstag wo debian 12 rausgekommen ist auf debian 12 geupgradet bist du denn wahnsinnig es hat wunderbar funktioniert und funktioniert bis heute immer noch wunderbar durch also wenn etwas funktioniert zum releasetag dann zu 99,9 prozent debian das hatte ich schon mit anderen mehr negativ erfahrung das glaube ich gerne kann man denn eigentlich bei bei das wissen wir vermutlich nicht bei red hat derivaten auch ein release upgrade so einfach machen oder ist nach zehn jahren eine neue installation angesagt ist jetzt eine ernste meine frage weil ich es nicht weiß vielleicht kann das jemand von von euch beiden beantworten oder der chat das wäre mal interessant also die diese kleineren versionen ja ne also von ach wobei sind wir denn sagen wir hier 9.1 auf 9.2 oder so diese point releases funktioniert das ja aber jetzt von 8 auf 9 so was habe ich bis jetzt noch nicht gemacht das wäre halt mal interessant nicht nur das wenn du ja wirklich jetzt angenommen du hast ein system zehn jahre genutzt dann musst du ja quasi super viele versionen erstmal upgraden bis du wieder auf der aktuellsten bist weil sonst musst du ja alle zwei jahre trotzdem wieder upgraden von daher ich denke mal nach diesen zehn jahren wirst du es neu aufsetzen oder also würde ich jetzt mal so sagen wenn du da wirklich durch bist also so mache ich beispielsweise auch bei meinen support und ich habe jetzt keine die red hat nutzen aber wenn die jetzt ein super altes system haben und jetzt unbedingt upgraden wollen dann instelle ich fast mehr das neue system als dann hoch abzugraden also tatsächlich ich persönlich würde bei meinen servern sowieso immer dann mit dem neuesten release immer mitgehen am wenigsten komplikationen bis jetzt was ich an software nutze kann sein dass ich auch irgendjemanden ende stoße oder sowas wo das vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert bis dahin aber ne aber natürlich manche die haben das problem und ich glaube dass die neue installation schon in gewisser weise redlicher oder hatte hatte jemand von euch schon mal so ein fall in welchen fall jetzt genau wo eine neue installation nicht das bessere mittel der wahl ist ne einfach von der von der uralten version auf eine neue wie habt ihr das gelöst in kurzer zeit beziehungsweise hat ihr so ein fall schon direkt so ein fall noch nicht aber wenn es wirklich uralt ist und ich würde versuchen die applikationen in ihren bestandteilen also wenn es irgendwie webserver ist datenbank dump die webgoot files und dann wirklich auf neuen ausliefern aber so direkt eine anwendung weiß ich nicht also hatte ich so noch nicht also ich habe noch nicht von ganz alt auf ganz neu hatte ich so auch nicht also so Szenarien wo ich mir sowas vorstellen kann sind alt systeme wobei keiner mehr wirklich weiß wie die eingerichtet sind irgendwann wacht mal jemand schweißgebadet auf und sagte oh nein der server da ist jetzt schon ewig am netz ist der noch sicher dann läuft da jemand hin und guckt nach und nein da sind ja ganz viele offene sicherheitslücken da müssen wir ganz dringend was tun ja wer hat den denn aufgesetzt ja der kollege ja der ist ja schon seit fünf jahren in rente hat er das dokumentiert nein natürlich nicht was machen wir jetzt wir brauchen dieses system unbedingt also die werden dann wahrscheinlich versuchen irgendwie das system auf was halbwegs aktuelles denn hoch zu retten ja weil sich keiner wirklich ran traut also das sind solche Szenarien die ich mir da vorstellen könnte dass was gemacht wird wenn es Systeme sind wo es quasi eine aktuelle version von von der software gibt und das darauf aufbauende produkt oder so das schreibt nicht zwingend eine alte version fordern kann man ja sowas auch machen aber das gibt also so viel konfuses zeug dass das macht man sich gar nicht denken dass es das gibt also ich kann mir vorstellen dass es solche Szenarien wirklich gibt wo man auf biegen und brechen versucht ein alt system von vor x jahren noch mal hoch zu ziehen damit man das nicht verliert die funktionalität die da drin ist die ist denn so ein hohes gut und man kann es nicht ersetzen weil das wissen um dieses system einfach verloren gegangen ist also das kann ich mir auch vorstellen mir ist gerade noch nebenbei vielleicht ein anderes beispiel eingefallen wie ist es denn wenn du kein release upgrade machen kannst wenn du jetzt zum beispiel ein lxc container hast kann man bei lxc container ein release upgrade machen ist mir so nicht bekannt ich habe es sogar letztens gemacht von debien 11 zu debien 12 da haben wir ein ansible server für unsere automatisierung gehabt und das was da drin war oder an dateien um das zu übernehmen es wird trivial gewesen da habe ich einfach einen neuen lxc container im proxmox hochgezogen die dateien rüber kopiert und war fertig aber es gibt garantiert auch systeme die du nicht mehr hochziehen kannst beziehungsweise noch ein anderes szenario was mir gerade eingefallen ist bei dem bei dem satz was ist denn wenn du so ein altes system hast dass du gar nicht mehr auf die nächste stufe hoch upgraden kannst wenn du jetzt in debien 3 1 hast gibt es da noch von debien 4 die 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 repos ich glaube nicht die gibt es echt also die haben quasi so eine historische abteilung du kriegst das ganze zeugs wirklich noch runtergeladen also du kriegst auch noch die isos von anodats mal das heißt überhaupt kein problem danach habe ich vor ein paar jahren mal geguckt weil wir mit den kieler open source und linux tagen bei der museumsnacht im computermuseum stehen und da habe ich mir einen relativ alten rechner geholt oder einen aus dem fundus genommen ein pentium 2 und da wollte ich denn was haben was zu der zeit quasi aktuell war und das war denn ein debian 5 vielleicht also und da kriegte ich ganz normal diese cds runtergeladen also die gibt es nicht auf den offiziellen mirrors da wird das ja irgendwann mal ausgelistet aber die haben so ein archiv wo man diese ganzen sachen noch kriegt also christi isos für die medien die es damals gegeben hat und die paket quellen dazu gibt es auch noch die sind allerdings auf dem letzten stand also du christian nicht mehr die vorversion von irgendwelchen kaputten paketen mit sicherheitslücken die die man damals kannte du kriegst also den allerletzten stand von dem debian 5 oder auch vom 3.1 oder so das größte alles bei dem debian geht das ich guck grad wirklich auf dem auf dem deutschen beagle server ganz kurz ich würde mich tatsächlich ausklinken weil mein zug fährt gleich von daher ach du bist wieder auf den zug angewiesen ich bin mal wieder auf die deutsche behandel gewesen das ist das beste was es gibt auf jeden fall was sagt man ich bedanke mich glück ja gut fahrt ja irgendwie sofort in die richtung mal schauen mal schauen genau ich bedanke mich ganz herzlich für die diskussion und ich würde mal sagen ich verschwinde genauso raus wie wie das letzte mal machs gut jetzt bitte ein fahrstuhlgeräusch einblenden ich sehe leider nicht wann er raus ist jetzt ist er raus jetzt ist er weg ich kann irgendwie auf die Quelle entfernen dann ist die bildstörung auch weg also irgendwie hat er leitungsprobleme gehabt das war wirklich ganz kurz sobald seine leitung schlechter geworden ist und die kammerqualität runter gestuft wurde hat dieser chroma key effekt echt zu tun gehabt daher war das aber ich guck grad ins in diesen in so einen deutschen spiegelserver aber so wirklich jede version sehe ich nicht ich sehe buckwurm bullseye old old stable ist ja eigentlich dbn 10 das müsste basta sein und dann sehe ich hier noch einmal irgendwo ganz unten verschollen trixi ja ah ne trixi ist 13 das ist quasi ja trixi ist das neue also auf den offiziellen kriegst du es nicht ich guck gerade mal ob das archiv.debian.org heißt aber wie würdest du denn jetzt ein upgrade machen wenn du das nicht weißt dass es spezielle reposerver gibt du müsstest ja den normalen debian weg gehen und einfach in der up source list die nächste version angeben und wenn das nicht mehr zu erreichen ist wie wäre es dann rein technisch gesehen vielleicht kann es uns jemand beantworten weil das ist dann glaube ich einfach da ist um genres zu zitieren der zug abgefahren ne ist er nicht ist er nicht also du musst danach gucken also wie dieses repo heißt also es liegt nicht auf den ganzen mirrors mit drauf die man sonst so kennt also von universitäten und Co du musst wirklich danach gucken also archiv.debian.org ist es glaube ich auch nicht ich weiß das auch nicht mehr aus dem Kopf wo ich das her habe also es gibt einen server wo du wirklich dieses ganze alte zeug kriegst und dann musst du aus deinem was da in der sources list drin steht deb.debian.org dann machen altes zeugs.debian.org oder so und dann schreibst du da drin dazu irgendwie edge oder was weiß ich so eine alte version und da kriegst du das alles gucken müsste doch eigentlich zu finden sein ich habe es ja damals auch gefunden also Lenny Lenny war doch fünf ne müsste sein das habe ich nämlich auch genommen das wäre wirklich noch so ein Szenario ich weiß nämlich auch nicht wie es Canonical mit Ubuntu Server handhabt ob die auch irgendwann sagen alles was aus dem ESM Support raus ist oder ESM wie heißt denn das kann erstmal kurz jemand sagen wie dieser Extended Support bei Canonical heißt ESR ESM genau also wo die ISOs also die CD-Images die kriegst du bei also CD-Image zusammengeschrieben .debian.org also willst du das irgendwie einblenden das ist glaube ich einfacher ne ich schick dir erstmal hier in diesen internen Shatter Extended Security Maintenance so heißt der Quatsch und da kriegst du auf jeden Fall die ISOs und auch wirklich für diese Zwischenversion also für also es fängt offiziell an bei Debian 3.0 R.0 also Release Candidate 0 oder ist das sogar Release achso genau das sind diese ähm diese ja was sagt man dazu diese Patch Level diese Release Version da kriegst du jeweils das ISO und da steht dann also irgendwie scheint das Projekt die ersten Images verloren zu haben aber da steht dann bei es gibt auch User Provided ähm also ähm von Nutzern beigetragene Images für Debian 2.0 2.1 und 2.2 also das kriegst du da auch noch irgendwie und irgendwo aber ist dann auch eher wild oder? äh ja das ist schon irgendwie wild ne aber ähm wenn du da irgendwie in die Verlegenheit kommen solltest soweit das wirklich nochmal tun zu müssen äh ich blende es gerade mal so ein bisschen ein es gibt wirklich noch so einen Ort wo man einen Woody noch herbekommt oder einen Sarge oder einen Edge das ist ähm sehr interessant also wer noch was Altes braucht kann sich da bedienen wobei es ist ja ein Archiv bis aktuell oder? äh fast bis aktuell was da wohl sei es nicht doch wohl sei es mal drauf bis zum Old Stable ne bis zum Stable Old Stable der Bookworm ist da nicht drauf muss aber auch nicht sein krass ja wieder ein Vorteil von ähm DBR ja eindeutig also ich habe jetzt gerade gefunden für für Sarge äh gibt es auch noch die äh die ganzen Pakete da und für die anderen auch denke ich mal also das ist jetzt 2007 2008 gewesen ja also wenn man sich da irgendwie ein bisschen durchfühlt dann äh kriegt man auch wirklich äh äh noch so ein Repo da wo man denn diese alten Sachen dann nochmal nach installieren kann wenn man das denn wirklich vor hat oder sich dann langsam hochhangeln muss ja oder so wie wie das wäre doch eigentlich mal was für deinen Stream da fängst du denn an bei einem was hatten wir da jetzt so ein Debian 3.0 und versuchst das einfach mal immer Schritt für Schritt auf äh auf ein 12er zu aktualisieren mal gucken das wäre wirklich mal das wäre wirklich mal das wäre wirklich mal richtig interessant da hast du ein paar Wochen zu tun ja und wenn der wenn der Server relativ schlecht angebunden ist äh dann braucht der eine Weile aber das wäre dann wirklich mal das wäre dann mal so ein so ein so ein so ein abend füllendes Spaß Projekt also ich weiß nicht ob du mit einem Abend da auskommst ich glaube es fast nicht das wäre mal richtig verrückte Nummer das machen wir mal nicht ne ok gut dann dann nicht dann nicht ne das wäre ja wirklich bis zur Keylox schaffen wir das vielleicht vielleicht schaffen wir es bis zu den Keylox vielleicht auch nicht ja ja mal gucken ne aber vielleicht muss ja auch nicht ja vielleicht tun wir uns für die Keylox auch was anderes Schönes einfallen lassen was nicht so mit äh innerlichem Schmerz verbunden ist Retro Computing schön mit Röhrenmonitor muss ja auch stilecht sein mhm schön so ein Debian 5 naja gut aber ähm wir sind schon so ein bisschen vom Thema eigentlich angekommen wir sind schon so ein bisschen weg also wir haben jetzt einfach nur so die Vorteile von lieber Debian nehmen also das ist nun mal so ähm ja also ich denke mal mit Debian oder anderen äh Projekten ähm passiert sowas nicht weil keine Firma dahinter steckt das ist nun mal so das äh ja und ähm ähm unabhängig jetzt von der sagen wir mal politischen Ausrichtung dabei oder von von der geschäftlichen Ausrichtung ähm sehe ich die Suse Schiene eigentlich auch als keinen direkten Ersatz dafür also du kannst jetzt ja diese proprietären Sachen dieses äh Mobile Device Management äh System da das schreibt dir halt vor du brauchst ein Red Hat System und da kannst du ja nicht äh statt einem Alma Linux oder einem Rocky Linux sagen aber ich hab jetzt Suse da wirst du die Pakete auch nicht zum Laufen kriegen also von daher ist das insofern relativ schwer wenn man jetzt direkt darauf angewiesen ist dass man so einen Binärklon braucht oder eben das Original ja also von daher äh mit denselben Schmerzen kannst du denn ja auch zu zum Debian wechseln also im Endeffekt schon also ich vermute mal dass sich Red Hat kommerziellen Gefallen getan hat aber ähm vom Standing in der Community ähm wenn sie sich ins eigene Knie geschossen haben also ich vermute mal dass da relativ viele sich dann auch sagen wir möchten uns eigentlich nicht wirklich so einen Klotz ans Bein binden der je nachdem wie wie der Wind steht und Lust und Laune hat dann vielleicht von jetzt auf gleich sagt wir machen mal wieder komplett was anderes wir tun aber schön die Hand aufhalten wegen 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 dem Geld und dann steht man da mit offenem Haar oder eben nicht je nachdem also ich denke mal da werden auch ganz viele Leute sagen dass das wirklich eine Chance ist für Debian weil sie eben nicht zu sprunghaft sind beziehungsweise was heißt nicht zu sprunghaft die haben halt keine Firma im Hintergrund das ist wie gesagt ein freies Projekt ähm oder haben wir schon mal gesagt es ist auf jeden Fall ein freies Projekt von vielen Leuten wo wirklich der Ansatz dahinter steckt ähm freie Software die Leute zu ähm auszuliefern hm ja genau also dementsprechend äh aber mal andersrum äh Red Hat so ähm in der ähm Open Source Gemeinschaft also hatten die da wirklich einen einen Ruf den man jetzt irgendwie verlieren könnte also eigentlich Red Hat als solches ist mir in den letzten naja sagen wir mal über 10 Jahren als eine kommerzielle Firma aufgefallen die möglichst äh viel Gewinn erzielen möchte also ja also für die anderen die Community was haben möchten die haben dann eher Fedora genommen aber äh Red Hat war schon immer knallhart Business oder? Ja aber wie gesagt du hast es gerade richtig angesprochen eben Fedora und CentOS das das war ja wirklich so der Ausläufer von denen wo sie wirklich für die Community oder für die Leute was rausgehauen haben und jetzt tun sie so so peu a peu zurückrudern weiß ich nicht ob das dann auf lange Sicht oder ja auf lange Marktsicht vielleicht ein schlauer Marketing Move ist weil man muss sich ja vorstellen wenn ich REL benutze ähm für meine ähm Business Zwecke werde ich vermutlich ähm auch Fedora oder CentOS im privaten Umfeld benutzen einfach weil es am besten harmoniert das ist dasselbe Universum ich muss mich nicht an neue Paketmanager gewöhnen wenn jetzt diese Business Software so anfängt so ein Quatsch zu machen wer weiß wie lange dann quasi äh jetzt mal aus äh dieser Sicht gedacht mein Desktop noch so funktionieren darf wie er gerade funktioniert und somit dem harmoniert was ich da mache da würde ich mir Gedanken machen wenn ich ehrlich bin ja also allein schon da und und wie viele Leute man da mit verärgern kann also ich weiß es nicht Hauke ich weiß es wirklich nicht aber also gut ist es nicht nee also ich kann mir auch nicht vorstellen dass das insgesamt eine gute Idee ist aber das kann natürlich sein dass es sich finanziell am Ende des Tages wirklich lohnt ähm kann also es kann aufgehen aber das kann auch komplett äh nach hinten losgehen also es gibt ja viele Firmen die es mal probieren jetzt machen wir mal ein bisschen was anderes mal gucken ob wir dann ein bisschen mehr Geld rausgepresst kriegen in einigen Fällen funktioniert das und in anderen eben halt gar nicht und dann äh kann es auch sein dass die Firma mal pleite ist also bei Wenden wird das nicht passieren aber ähm einige haben sich ja komplett abgeschossen mit sowas ähm mit der Skydriver hat es schon richtig geschrieben also REL hat eigentlich die Lizenz zum Gelddrucken beziehungsweise ja ja doch die haben die Lizenz zum Gelddrucken weil SAP äh und Red Hat Enterprise Linux gehört eigentlich fest zusammen wenn du ein SAP hast hast du garantiert auch eine Red Hat Enterprise Lizenz am Laufen weil das darauf ausgelegt ist ja ich meine wenn du jetzt das Geld für ähm SAP hast ja natürlich dann ist es dir auch egal ob du da jetzt auch noch mal ein bisschen Geld woanders abschmeißt ja aber SAP ist quasi ähm so eine Red Hat Enterprise Linux Lizenz quasi äh so der der notwendige Anhang sag ich mal ja weil anders läuft es ja glaube ich nicht also ähm da gibt es ja ganz wilde Systeme die wirklich da die äh Basis mit äh REL brauchen die kriegst du ja gar nicht auf ähm teilweise Cent oder äh Fedora zum Laufen auch wenn sie quasi binär kompatibel wären das erkennen die ja und sagen ne das wollen wir nicht ne ne ja gut ja solche Sachen gibt es halt immer ne im kommerziellen Bereich aber die anderen die ähm ja also es ist es ist so eine Strategie kann aufgehen kann daneben gehen wenn du jetzt ähm CentOS quasi so als Einstiegsdroge nimmst ähm das gibt es kostenlos das ist quasi genau dasselbe wie das große was du bezahlen musst fang doch mal an damit ein paar Rechner hochzuziehen und dann ähm fühlst du dich nachher so richtig wohl in diesem Universum und dann willst du nachher vielleicht auch gar nichts anderes mehr machen wenn du dann in eine Position bei der Firma kommst wo du sowas entscheiden kannst und sowas einkaufen kannst dann greifst du vielleicht denn lieber zu zum äh Red Hat Enterprise Linux weil du das ja schon irgendwie so kennst und ähm dieser Methode ähm jetzt mit der kompletten Umstellung ähm gräbst du dir vielleicht so diese diese diesen einfachen Einstieg so ein bisschen ab und ob jetzt diese Umstellung auf diese 240 äh Developer Subscriptions ob es das wieder auffängt kann natürlich aufgehen das Konzept also von daher aus Sicht von IBM und Red Hat ist das vielleicht gar nicht so mutig gewesen dieser Schritt vielleicht war es einfach bloß ähm der nächste Schritt bei ihrem Plan dabei das kann wirklich sein dass das einfach ihr notwendiges Übel ist man muss aber auch dazu sagen ich habe noch nie von irgendjemandem gehört der Rel im Einsatz hat dass irgendwie irgendwo was gewesen ist also das was sie sich bezahlen lassen lassen sie sich auch zurecht bezahlen das muss man auch ganz klar hier sagen das funktioniert schon was sie dort anbieten und ausrollen da gibt es äh zumindest hörbar was ich so als als ähm ja Erfahrung einholen konnte keine Punkte wo irgendwas nicht funktioniert hat oder nach einem Update nicht mehr funktioniert hat das lief und auch die Projekte die sie so haben äh Jean hat das vorhin angesprochen äh Cockpit als ähm Verwaltungstool das läuft ähm Potman als alternative äh Containerlösung das läuft also die machen nichts verkehrt die machen nur sehr moralisch fragliche Dinge möchte ich mal so sagen na gut ja stimmt kann sich aber dennoch äh finanziell durchaus lohnen ja klar also darum geht es denen ja mitunter auch ja da also ich glaube das ist so die Hauptmotivation bei dem ganzen sag ich jetzt mal so im Endeffekt musst du ja auch ähm am 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 tagesende unterm Strich die Rechnung bezahlen also du hast Entwickler damit das so gut funktioniert du hast äh irgendwo Aufwand äh Ressourcen die du bereitstellen musst und dann willst du ja auch nicht äh auf plus minus null raus du willst ja auch mit Gewinn aus der Sache rausgehen also das ist äh ganz klar also das was machen ist gut dass sie sich jetzt gesagt haben ähm unsere Quellen ist alles meins äh ist nie so schön im Endeffekt ist es so auf den Punkt zu bringen genau ja ähm das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort denn wir sind ja auch schon ein bisschen länger dabei ja deswegen ich wollte so langsam aber sicher da Strich drunter ziehen ja wunderbar deswegen also war mal wieder interessant und schön genau und in zwei Wochen sieht es wieder anders aus in zwei Wochen genau sieht es wieder anders aus da haben wir dann wiederum was anderes vor und äh ich muss einmal kurz auf meinen Zettel gucken sind wir da genau da sind wir quasi bloß noch zu zweit denn äh Jean macht äh seine äh quasi Auszeit ach hier wollte er sich auch rausziehen ich dachte nur oder wollte er nicht ich weiß es nicht ach so okay gut gut dann habe ich nichts gesagt also das hätte ich irgendwo noch im Hinterkopf aber gut selbst das kriegen wir hin das kriegen wir hin genau sonst machen wir es zu zweit ansonsten wieder gewohnt zu dritt genau genau also und bis dahin Linux Guides auf YouTube abonnieren nicht der Weisheit letzter Schluss auf YouTube abonnieren hier vielleicht sogar auf Twitch ein Follow da lassen bei äh Saint of Sinner bei mir ich habe auch YouTube mal sehen ob da irgendwann ob ich da Zeit finde wer da Lust hat ansonsten sind wir wieder in zwei Wochen hier oder dann mit der Folge dann zum Wochenende hin bei Spotify auf dem Tux Tage YouTube Kanal kommt das auch nochmal als Reupload da vielleicht auch nochmal ein Abo dalassen das wäre ganz nett und ja das war jetzt der Werbeblock ich habe was vergessen natürlich habe ich was vergessen fällt mir gerade ein im November sind die Tux Tage und vorher im September sind die Kieler Open Source und Linux Tage so hast du noch was zu ergänzen da treffen wir das erste Mal auch zusammen also so live und in Farbe da ähm zu dritt also Jean ist zwar schon weg aber uns wird es denn das erste Mal live in Farbe zusammen in einem Raum auch zum direkt äh begucken geben bei den Kieler Open Source und Linux Tagen das wird ähm zum einen eine vor Ort Veranstaltung aber ist auch eine Hybrid Veranstaltung also man kann uns denn live auch im Internet dabei zugucken wie wir uns ähm über irgendwas unterhalten genau das ist vielleicht dann nochmal der ultimative äh Vormerker für ein September wobei wir ja obwohl habe ich ja schon gesagt das wird der 14.9. sein den schon mal vormerken mhm gut ich habe immer nur so ein bisschen Angst wenn du das immer so 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 schön bewirbst denk dran dass bei mir noch die große unbekannte Konstante der deutschen fahren ist also ja ach komm das wird irgendwie gehen ja ja Schienenersatzverkehr drei Tage vorher losfahren ja gut ja muss man heutzutage mal einkalkulieren das dauert einfach manchmal ein bisschen länger ja genau gut ähm gibt es bei dir im Anschluss jetzt noch was oder äh ist vor heute auch das Ende Schluss es ist eigentlich Schluss das lohnt nicht mehr ja also was heißt das lohnt nicht mehr das das würde jetzt zu nichts mehr wirklich Produktives führen bis ich umgebaut und alles umgemacht habe das wäre nur ein kurzer Tooltipp geworden und das kriegen wir irgendwo anders hin genau einfach beim nächsten Stream wie gesagt wer da Lust hat hier hier auf Twitch wir sind ja auch anders äh einfach bei Twitch.tvs Hand of Sinner das bin ich ähm ich bin auf diesem Twitch noch unterwegs weil dieses Multistreaming ja verboten wurde hm danke dafür mal sehen wie lange äh würde mich freuen wenn er damit dabei wäre und ansonsten wie gesagt alle zwei Wochen genau ja ja also äh wo du gerade jetzt sagtest mit Twitch also das äh klingt eigentlich so ähnlich wie dieses Red Hat Konzept ne ähnlich ja also kann aufgehen kann daneben gehen und es ist ja wohl nicht so hundertprozentig wasserdicht äh wie das jetzt äh gedacht ist ne also mit äh äh wir sind ja parallel hier auch auf linuxguides live.de und ne äh linuxguides.de schrägstrich live so rum ähm weil das keine Plattform ist die so ähnlich ist wie Twitch was Twitch nicht möchte genau ja genau also das ist ich kann dir nochmal zum Besten geben ich es gibt leider noch keine Präzedenzfälle das ist das was ich vorher zu dir gesagt habe ich als Saint of Sinner darf nicht gleichzeitig auf YouTube oder Twitch ähnliche Plattformen online gehen wenn man jetzt selbst was gehostet hast wie ein OnCast ist das kein Problem ich weiß aber nicht vielleicht die Option besteht ja aber das ist ganz großes Fragezeichen äh deswegen ist es zur Zeit so wie es ist vielleicht fragt sich das auch der eine oder andere Zuhörer, Zuschauer warum wir eben nicht mehr ähm zeitgleich streamen auf Twitch auf Haukes nicht der Weisheit als der Schluss und auf meinem YouTube äh 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 noch zusätzlich und immer noch auf linuxguides live sind weil Twitch sagt wenn du äh bei uns streamst darfst du nicht zeitgleich noch irgendwo anders streamen jetzt ist aber die Frage die die ich mir gestellt habe wo ja noch keiner eine Antwort kennt was ist wenn ich als Saint of Sinner bei Twitch unterwegs bin aber derselbe Stream auch bei nicht der Weisheit letzter Schluss der ich nicht bin läuft ja das ist ein ganz großes Fragezeichen und Twitch nimmt sich raus eiskalt Kanäle zu bannen oder zu zu löschen wenn wenn man dagegen verstößt deswegen ist da leider Gottes so ein bisschen die Vorsicht meinerseits aber irgendwie müssen wir möchten wir gern so viele Leute wie möglich abholen genau also von daher ne Tux Flash gibt's bloß bei Twitch und für live die genau gibt's gibt's da nur live genau genau und für ähm die äh linuxguides live Sendung also mit John und mir die gibt es nur bei YouTube also vorher waren wir auch bei Twitch noch mit dabei und jetzt sind wir bloß bei YouTube und ähm linuxguides.de live weil YouTube einfach für uns der stärkste Kanal ist also Twitch hatten wir zwar auch durchaus Zuschauer aber YouTube war eben das wo am meisten sind also wo ihr euch wirklich aufhaltet also von daher äh gibt es uns da nicht mehr live auf Twitch wenn Twitch das nicht möchte dann ist das doof für alle Beteiligten aber wir können da auch nichts bei machen ja so ist es Mhm Anbieter die solche tollen Ideen haben so wie Red Hat oder wie Twitch oder was weiß ich das gibt bestimmt noch sehr sehr viele andere Firmen die auch sowas tun und was irgendwie blöd ist und vielleicht kommen sie damit durch es lohnt sich finanziell oder auch nicht genau das wissen wir noch nicht ne genau Ja aber für alle YouTube User es kommt ja noch auf dem Tux Target Channel online und eben bei dir Hauke auch nochmal als Re-Up Peertube ziehst du es gleich automatisch mit rüber ich denke schon Ähm ja also ich lade das erstmal runter und dann lade ich es hoch also ich habe das nicht automatisiert genau aber bei Peertube wird es das auch nochmal geben den Mitschnitt hier in der vollen Schönheit genau 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 und ohne Bildprobleme dann auch bei Spotify genau ich kann ich kann ja wohl Jean vorher war einfach so ein so ein graues Rechteck drauf machen so ne Bildfehler gibt es nicht oder ich mache da einfach ein Standbild von ihm einfach ein Standbild genau genau das wäre ganz super so was habt ihr jetzt noch zu meckern der sieht doch super aus bewegt sich zwar heute nicht aber sieht doch gut aus na oder KI animiert dann wirklich den den Mund bewegen lassen inzwischen müsste die doch auch soweit sein die KI ja ja also ich denke dass das schon geht das gab es ja bei anderen die das mal so gemacht haben ich weiß nicht gibt es also wir kommen ja komplett vom Thema ab ne äh äh gibt es da jetzt was aktuell freies womit man das schon machen könnte also was wirklich so Sequenzen macht ich bin mir gerade gar nicht sicher kannst dir gar nicht sagen hm also Nvidia aber das war ja nicht frei ok boah gute Frage hm ja ok äh sollen wir jetzt doch nochmal versuchen zum Ende zu kommen oder ich kann hier auch einfach auf Stop drücken und dann haben wir ganz abrupt ein Ende das wäre doch mal was das kommen wir doch nicht mehr zum Ende ne der Magen knurrt zwar schon und äh ah ne das ich hab das nicht immerhin gekriegt das stumm zu schalten im richtigen Moment aber ja ich hoffe ich hab das heute jedes Mal äh wenigstens noch treffen können hier mit meinem Stummschalter am Mikrofon also heute ist die Rennstrecke an der ich wohne ganz besonders schlimm befahren oh hauer ja also wenn ihr beide nichts gehört habt dann hab ich es richtig gemacht äh doch also irgendwas hab ich glaube ich schon gehört aber ich wusste nicht genau wo das jetzt her kam naja weißt du doch ist ja auch manchmal so ein bisschen was los naja aber also bei mir jetzt hier eher weniger aber bei ihm bei ihm kommt ja auch manchmal so ein bisschen also wenn es wenn es wenn es laut und sich nach dem Motor anhört ist es meistens bei mir von der Rennstrecke ha 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 für alle die sich fragen warum ich relativ oft hier mein Mikrofon gestreichelt habe ich hab hier oben den Mute Schalter ach so da liegt es nicht an dem knuffigen Pinguin den du da jetzt daraus gemacht hast der hat jetzt ja so Kulleraugen und äh ja ja den Pinguin muss man auch öfter mal streicheln das stimmt ja ne also dementsprechend war schön mit dir war auch dann schön mit Jean auch wenn er wieder den ja den Zug erwischen musste schade aber ja genau die richten sich halt nie nach einem selber ne also der Zug kann auch nicht losfahren der Stream ist noch nicht zu einem das ist doch ganz einfach aber ne das wollen die immer nicht das wäre Quatsch das ist denen ja völlig egal ja sowas aber auch ne also da hilft nicht mal sein VIP-Status ja naja gut was ist heutzutage schon VIP das ist die Frage ja gut das wäre ja vielleicht was für den nächsten Podcast genau was bringt's uns ja ich glaube du musst wirklich einfach auf Stop drücken wir kommen nicht mehr zum Ende ja wir müssen einfach nur Tschüss sagen danke für's dabei gewesen sein bis in zwei Wochen ähm Werbung haben wir gemacht war schön mit euch war schön mit dir gesund bleiben gesund werden genau wow genau ja für dich